Und damit herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Arkham Asylum Batman! Mal andersrum heute. Erstmal verkackt, Junge. Erstmal reingeschissen, jetzt ist die Intro. Nein, das Spiel hat jetzt Let's Play, das heißt jetzt Arkham Asylum und Bär hat natürlich den Titel. Ja, genau. Wir gehen jetzt ab zur Party. Junge, Party, hart. Zur letzten Party mit unserem zerrissenen Umhang. Mit zerrissenen Jeans. Boah, das ist ja irrum, ne? Die reden gar nicht drauf. Dreck 2. Ich glaub, die haben den Williams-Crew. Alter, ich wollt den anderen gerade hauen. Fucking Bastard. Hahaha. Junge, da kommt noch einer. Das ist der mit dem Screen. Screen. Oh. Kann man so leicht ausmachen, ja. Alter. Oh, wie er eine Schaden gibt. Hier ist meine Schelle gegeben. Die haben sich irgendwie mitzumpt. Fang! Oh, Junge. Das kann man sich als Mann doch eigentlich gar nicht angucken. Der hat keine Kinder mehr Zeugen. Hahaha. Ich glaub, der wollte ja niemals Kinder zeugen. Der ist so irre und will mehr irre. Hahaha. Oh, das ist irgendwie komisch. Er ist so irre, er will mehr irre. Keine Ahnung, ich hab's einfach gesagt. Die Tür ist auch von Anfang an immer verschlossen. Ich bin nicht einmal rausgegangen, da sind wir reingekommen. Er ist rausgekommen. Er ist rausgekommen. Ich glaub, wir müssen hier in Basketball oder was kann das sein? Da ist ein Pfeil, Mann. Oh, nein. Was hat der Elf mit dem Schild hoch? Ich stehe da drauf. Schau mal gleich mal. Monster Sale. Hahaha. Nein, du bist ein kleiner Rohrensohn. Der hat einen Partyhut, Junge. Ich will auch einen Partyhut. Ich will mal gleich mal gucken, ob wir uns den kranken können. Ja, sicher. Kritischer Angriff. Kaune Mut, Junge. Der Hut, Junge. Wenn wir jetzt bei Hitman werden, ne? Per uns das Kostüm klauen. Das ist auch cool. Scheiße, er verdeckt da so ein bisschen. Monster Sale. Gern die Krone? Jo. Partykrone. Ich hätte auch gerne die Partykrone. Ja, ich will den Hut haben. Oh. Haha! Yeah! Hahaha! Wuhu! Ich glaub, die jetzt einfach nicht angreifen dürfen, Marco. Die lassen rein. Wir waren in den Kasten. Wir hatten schon nicht. Echt? Ja, die wollten dich durchlassen. So als Empfangsgarde. Wenn du jetzt da verreckst, dann lass mich riefen. Die haben wir hier schon in den Plan. Ist so. Die können 50 Stück anreiten und die greifen wir einfach nicht an. Du wirst bluten, Batman! Ey, wieso sind die so durch? Dein Gesicht wird ganz schön! Alter! Ich geb dir gerade Rorisi! Da gibt es schon andere. Guck dir mal die Combo an. Alter, was? Yes! 34er Combo, Bitches! Aber die haben wir auch gar nicht gemacht. Ist so. So, auf den Fingernägel gucken. 36er stand da sogar. Cool. Nein! Nein! Yes! Du hast die Party gesprengt! Partysprenger, Junge. Das geht gar nicht. Das hat meine Errungenschaften. Ja, das geht eh nicht mit E-Mails. Ich hab keine Errungenschaften. Ja, das geht eh nicht mit E-Mails. Ich hab kein Gefühl dabei. Mhm. First Person oder was? Batman spielt jetzt nur noch in First Person. Da hätte ich gedacht, Third Person ist langweilig. Das sieht man alles. Bist du aufgeregt, Batman? Ich meine, wir haben die ganze Nacht darauf hingearbeitet. Sag mir nicht, dass du dich nicht darauf gefreut hast. Ich schon. Ich mach außer mir vor Freude. Überraschung! Alle meinten immer, ich solle zum Fernsehen. Das willst du nicht verpassen. Echt. Das wird ein Kracher. Zehn. Neun. Oh oh. Explodiert einfach der Fernseher. Sieben, sechs, fünf, vier. Drei. Zwei. Eins. Oh. Überraschend. Aber warum hat das alles so... Alter, das hat bis hier hinten gereicht. Zehn. Werden wir jetzt weiter vorne? Zehn. 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 Komm, Fernseher schlafen. Ja, das ist einfach, es glückt wahrscheinlich. Ja. Wir waren da hinten. Alter. Alles piepig. Das ist wie Flash beim COD ohne Spaß. Das ist total komisch jetzt. Ich meine, ich war so übertrieben. Deck auf zwei. Deck auf zwei ist kacke. Ja, tschüss. Pupps. Oh ja. Party auch. Läuft. Läuft. Jawoll, war so knapp. Ich schicke dich zurück zu dem Bauchredner, wo du hingehörst. Oh. Schütze auch nicht. Oh, ist das Cash, oder? Ist das Cash? Du musst erst alles kaputt machen, oder? Bane zusammenschlagen. Scarecrow an Croc verfüttern. Harley fertig machen. Was übrigens mein Hobby ist. Und alle meine Schönen werden Pflanzen ruinieren. Es ist vorbei, Joker. Vorbei? Wieso mein lieber vom wahnbesessener dunkler Ritter? Es hat noch nicht mal angefangen. Oh. Das ist doch Cash, oder? Cash und dann, oder? Da ist der andere. Der linke ist Cash. Ja. Wtf. Du kannst hier mit dem Bad Rider. Alter. Alter. Du kannst beide Leidseite stoppen, ich glaube. Ich habe schon schwer einen... einen hinzugekommen. Warum muss ich denn nochmal... Weil jetzt hast du beide gekriegt? Ne, nur einen. Andaligen da. Ja. Perfekte Blick. Ich bleib stehen. Ich bleib stehen. Ich bleib stehen. Jetzt ist die Rolle. Ich hab die Cash. Oh, wir eben australen. Oh, weib. Jetzt, 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 jetzt. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Das ist ja noch nicht so gut. Das ist ja noch nicht so gut. Ich bleib den Zett. Wenn was auch noch nicht. Das ist ja noch nicht. Ich bleib den Zett. Dann geht'se in Zett. KBF 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 Schade KBF KBF KKKW1 KBF Rios Das ist natürlich auch so. Nein, der war einfach so. Oh! Jetzt hat er erstmal eine Anlage geschlagen. Hat Cash dich jetzt wieder aufgeladen so ein bisschen? Das Leidrücker, okay. Jetzt haben wir eine Anlage, oder? Warum? Da sind die Anlage. Alles geplant, ne? Ja. Jetzt kommt er. Du kennst deine Mutter nicht. Was hat mich geklappt? Oh, das muss weh tun. Oh, Alter. Schön, der Leidrücker ausgerichtet. Aber ich glaube, das war nicht zu ernst mit dem Bildung. Wir sehen, dass er geworben hat. Das war das jetzt gesehen. Komm mal wieder. Nein, jetzt ist abgeworfen. Oder den Weckowal. Wir sehen, dass wir jetzt wieder verliehen. Dann gehen wir uns ein bisschen auf den Fressen. Nein. Oh, mein Gott. Haben die die Halsbälle noch rum? Ne, ne? Dann kann ich gesprengt von der Größe. Ich bin ja, ich bin nicht zufrieden. Dann gehen wir. Und dann gehen wir. Wir haben ja noch mal einen Halsbälle. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Gut gemacht, Batman. Du verdienst einen Preis. Dein alter Freund, der Kommissioner, Gott. Also, er sieht ganz schön runtergekommen aus. Dem sollten wir aufpeppen. Oh, Boah. Nein! Batman! Raus damit! Oh, jetzt geht's los. Jetzt haben wir gleich viel Spaß, Kinder. Du widersetzt dich der Veränderung. Das ist nicht fern. Komm schon, gib auf. Willst du mit harten Bandagen kämpfen, Batman? Ja? Deine Sache. Kitzel, Kitzel. Was mit ihm? Dann müssen wir ihn auflegen. Du ruinierst mir meinen großen Abend. Du hast Monate der Planung zunichte gemacht. Ich wollte doch nur deine grimmige Maske runterreißen und dich noch einmal die Welt sehen lassen, wie sie ist, während du blutend in einer Ecke vor dich hinkicherst. Aber sogar das hast du mir verwehrt. Ich habe nichts, wofür ich lebe. Oh. 5Gam, nee, warte, was ist das? 5Gam, nee, warte, was ist das? 5Gam, wir haben noch mal ein Upgrade. Irgendwas mit Waves. Irgendwas mit Waves. Oh, wer ist denn das? 3Fach-Bettering. Ja, das ist mal Hala-Geil, Junge. Airwaves. Oder? Airwaves, genau. Da haben wir die auch immer so durch. Ja, mach ruhig. Multi-Multi-Bettering. Oder einfach 3Fach-Bettering. Oder einfach Bombo-Kombo. Oh, wie sind wir jetzt da hingekommen? Auf Joker? Ja. Ich könnte mal sagen, dass das hart backt gerade. Ja. Wir holen einfach auf Joker drauf. Ich mag mein Leben, Zeige. Darf in den Strom rein, dass du stirbst. Ja, dann würde ich sagen, dann müssen wir doch eine Folge dazwischen schieben, bevor das Ende ist, dann kann mir das jetzt hier. Und die wird wahrscheinlich dann ein bisschen kürzer sein. Tja, Spiele schuld. Normalerweise wollten wir das jetzt in einer Folge durchziehen. Dann wird Marc eben halt den Endkampf gegen Joker verrichten. Er macht ja so gerne Endkampfe. Ja, dann sagen wir mal bis zur nächsten Folge. Ciao. Auf rein, Junge. Bye. Hih. Ja, ja!